Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ihr seid die künftige 5D am Gymnasium Markdorf und ich heiße Stefan Ferguson und bin zusammen mit Frau Wilhelm euer Klassenlehrer für die nächsten zwei Jahre. Ich freue mich riesig darauf. Normalerweise wäre das so, dass wir noch in diesem Schuljahr einen Schnuppernachmittag hätten, da würden wir uns persönlich kennenlernen können, aber das ist aus offensichtlichen Gründen dieses Jahr nicht möglich. Daher habe ich mich dazu entschlossen, mich auf diesem Wege an euch zu wenden mit einer kleinen Videoaufnahme, damit ihr wenigstens sehen und hören könnt, was euch nächstes Jahr erwartet. Ich bin nächstes Jahr nicht nur euer Klassenlehrer, sondern auch euer Englischlehrer und das heißt, dass wir uns ziemlich häufig sehen werden. Das sind vier normale Englischstunden in der Woche, dann noch eine Englischübungsstunde, dann werden wir uns häufig in der Freiarbeit sehen und dann zusammen mit Frau Wilhelm auch in den Klassenlehrerstunden. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine richtig schöne Zeit miteinander haben werden. Jetzt hätte ich aber noch gern von euch eine Kleinigkeit. Ihr könnt mich hier sehen und ein bisschen kennenlernen. Ich würde aber gerne euch auch kennenlernen. Und deswegen würde ich euch bitten, bis Ende Juli, da habt ihr ja noch einige Wochen, um das zu tun, mir entweder eine E-Mail zu schicken oder meinetwegen auch eine Audio- oder warum nicht eine Videoaufnahme, in der ihr euch kurz vorstellt, wie ihr heißt, wo ihr wohnt, was euch interessiert, worauf ihr euch freut für das nächste Schuljahr, alles, was euch einfällt und was mich vielleicht interessieren könnte. Ich freue mich sehr darauf, eure Texte, eure Audios, eure Videos zu bekommen und zu hören und ich freue mich insbesondere darauf, euch dann im September persönlich kennenzulernen. Ich wünsche euch in der Zwischenzeit ein schönes Ende von diesem Schuljahr, schöne Sommerferien und dann sehen wir uns sehr bald, hoffentlich in alter Frische. Macht's gut, meine Lieben und Tschüss! Macht's gut, meine Lieben und Tschüss!